Nachdem wir gestern die Bank von tatsächlich Valentine, wir sind nochmal zurück nach Valentine geritten, haben da die hiesige Bank überfallen und natürlich war das nicht komplett problemlos, ist mit Problemen in Verbindung gekommen, wie auch immer, den Job haben wir erledigt. Allerdings hat der Strauss uns darum gebeten, nochmal als Schuldeneintreiber zu fungieren und genau das ist, was wir jetzt als nächstes tun wollen. Die Geschichte ist, wir waren schon mal hier, wir haben dem Mann, der hat sich nicht viel, der hat uns was gegeben, dem haben wir was abgenommen und jetzt ist er gestorben. Hat der Sohn nochmal auch noch was zu sagen? Either you got a lazy eye or lack of respect, which is it, boy? I ain't got no lazy eye. No respect for the lacks of you. Oh, well, maybe when your mother's finished mourning your father, I'll keep her in black, on your behalf. You think on that, boy? Well, maybe you shall, sir. And maybe other events will transpire. You best stick to them books, because mark my words on this. Vengeance is an idiot's game. Ah, Mrs. Downs, thank you for your Punctuality. It's next to godliness, isn't it? That's cleanliness. I'll have to take your word on that. Good day. Auf einmal ist Tag? Okay. Und wir reiten zurück ins Camp. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom großen Red Dead Redemption 2 Let's Play hier auf diesem YouTube-Kanal. Direkt mal wieder absolut unmoralisch in die Folge reingestartet. In der Familie, die gerade das männliche Oberhaupt verloren hat, noch die letzten paar Kröten, die sie liegen hatten, auch aus der Tasche ziehen. Weil Herr Strauss hat Business mit denen gemacht. Das ist schon eine Weile her, aber ey, it is what it is. Man muss einfach auch die Schulden, die man aufnimmt, irgendwann abbezahlen. Und irgendwann war heute. Herr Arthur Morgan hat sich darum gekümmert. Und das ist halt in den meisten Fällen eher unangenehm als angenehm. Dennoch. 5.000? Fast zum Figgity-Fick. Ja, der Ankel erzählt wieder irgendeine Scheißgeschichte, die keiner interessiert. Oh, Dutch steht wieder optimistisch vor seinem... Oh, die Musik läuft. Die lief in diesem Camp noch nie. Ich kümmere mich gar nicht um dich. Ich will eben kurz Geld einzahlen. Und, äh, also... Bruder, also das wäre... Insane fetter Payday war das. Warum sagen wir eigentlich immer, ich soll was Warmes anziehen? Ich hab das... Ich hab am meisten an von allen, die hier sind. 7,55 Dollar Geld spenden. Ja, spend mal so 500 weg, ja? Auch ganz entspannt. Auf nass. Kann wir ja machen, ohne Probleme. 150, komm. 200, 300, 400... Oh, was? Unverhältnismäßig, wie schnell das da manchmal wird. Egal, dann machen wir Hälfte, Hälfte. Dann machen wir 650. Bapp, und rein spenden in den Aal. Vielen Dank. Und dann wird natürlich auch direkt im Kontrollbuch, äh, das nächste Update gezogen. Weil, was bringt uns das ganze Geld, wenn es nicht reinvestiert werden kann, ja? Das ist ganz klar. Ja, die Vorräte interessieren mich nicht. Der nächste bitte. 325, äh, da. Arthur will eine Karte für die bessere Planung. Oh, meine Unterkunft hat jetzt eine Karte. Very nice, very nice. Die Karte hängt im Übrigen auch hier oben. Fast identisch sogar. Aber nicht ganz. Für alle. Wollen wir für alle noch oben drauflegen? Können wir eigentlich machen, ne? Weil ich meine, weil wir es halt machen können. Was haben wir denn noch? Oh, ne, die Horse Stables. Mehr Platz zum Anbinden, äh, wäre hilfreich. Okay, das geht auch noch. Dann kümmern wir uns erst um die Pferde, bevor wir uns um die anderen kümmern. Es ist wichtig, klarzumachen, wer hier in der Autorität, in der Hierarchie weiter oben steht als die anderen. Und das sind Arthur, äh, und Dutch. Und nicht der Rest. Und dann die Pferde. Und dann der Rest. Uncool, aber ist vielleicht einfach so. Okay, wir sind also wieder back im Camp. Oh mein Gott, guck, wie schön. Wie schön einfach. Okay, wir können uns jetzt, können jetzt quasi Dutch fragen, was er möchte. Hier haben wir jetzt wieder fucking in New Hanover, ist wieder Trinkgeld auf uns ausgesetzt. Trinkgeld wahrscheinlich. Wir könnten aber auch zu John Marston, ach, das ist die Sache von der, von der Grey gegen die Braithwaite-Familie. Wo es dann darum ging, ähm, mit den Zuchtpferden war es, ne? Aber ich glaube, die Zuchtpferde waren bei den Braithwaites. Also gucken wir, was Hosea macht. Obwohl ich auch gerne mit John unterwegs wäre. Aber dann machen wir, reiten wir als nächstes zu, äh, Hosea. Unserem guten alten Freund Hosea. Gucken, was bei dem abgeht, was er sagt. Was Phase ist. Aber erst, you know what? Erst gönne ich mir mal eine Mütze Schlaf. Erst gönne ich mir eine Mütze Schlaf. Dutch, ich sehe dich. Dutch hat den Kopf so unten. Ich weiß nicht, ob wir diese Folge noch schaffen. Ansonsten in der nächsten Folge werden wir rausfinden, was da los ist. Was ist das denn für eine Broschüre? Was haben wir denn da? Broschüre für Pferdenahrung. Aha, interessant. Einfach mal eingesteckt. Pferdestimulanz. Oh, wir haben schon lange nicht mehr unsere Sache hier eingesammelt, die man uns hier hingelegt hat. Pferdestimulanz, da kann ich mich erinnern. Die hat, glaube ich, nicht Sean, sondern der ehemalige Godriskel uns da hingelegt. Promenade, wichtig. Können wir uns gleich die Haare wieder schön machen. Luppen auch immer wichtig. Blumen. Ah, die haben wir uns schon angeguckt. Zigaretten können wir nicht mitnehmen, haben wir noch genug zu Hause. Fotografie, Spaziergänge durch Wald und Wiesen. Ein schönes Buch. Aber als wenn Arthur Moore jemand wäre, der liest. Zoologisches Kompendium. Der Zeitungsausschnitt, den kennen wir auch. Wo ist denn jetzt unsere Karte hingekommen eigentlich? Hat mir nicht abgemacht, dass hier eine Karte hingehangen wird? Ah, hier ist sie. Okay. Schnell reisen? Freunde, wir können schnell reisen. I did not fucking know that. Okay, erstmal wieder auch ein bisschen Munition aufstocken. Bevor wir gleich schlafen gehen. Erstmal alles einsammeln, was wir mitnehmen können. So, gehen wir mal kurz hier rum. Können wir... Oh, Arthur. Ich weiß, was du denkst. Was ist los? Du bist ganz schön besoffen. Ah ja, mein Gott. Ist jeder mal besoffen. Wie ist das, was du so toll hast? Gut für dich. Gut für dich. Aber Karen... Karen heißt sie. Nicht das zu dir selbst. Bitte. Du hast eine Wahl. Ja, sicher. Ich habe eine Wahl. Das ist toll. Wollen wir uns jetzt nicht küssen oder so? Ne? Ich dachte, wir hätten jetzt gerade einen Moment gehabt. Gut. Dann greifen wir weiter zu, was die Munition angeht. Die haben nämlich sowieso alle wir bezahlt. Also können wir uns hier auch einstecken. Wir sind auch der Einzige, der hier richtig am Gunsling ist. Der Einzige, der richtig auch mal seine Pistole gebrauchen kann. Einfach alles einsammeln, was wir haben. Easy. Die anderen brauchen das eh nicht. Und wenn doch, sollen die sich das kaufen. Von ihrem eigenen Geld. Okay, das sollte fürs Erste reichen. Wurfmesser? Ne, ne, ne. Das sind Wurfmesser. Wieso kann ich die nicht nehmen? Wieso kann ich... Du kannst von diesem Gegenstand keinen weiteren tragen. Ich habe keinen einzigen davon dabei. Okay, wir müssen unseren Gürtel aufbessern. Apparently. Naja, erstmal machen wir uns jetzt... Machen wir ein kleines Schläfchen. Acht Stunden lang. Wir sehen uns gleich wieder. In aller Frische am neuen Morgen. Guten Morgen, everyone. Falls ich irgendjemand von euch auch zum Gehen gebracht habe. Nice. Good on myself. Wir rasieren uns nicht, aber wir holen uns Pulmonade ins Gesicht. Haare pulmonisieren. Rasieren. Der Bart ist auf Länge 4 von 10. Ich habe auch gar keine... Also dann entweder Vollbart oder abrasieren. Deswegen lassen wir einfach noch weiter sprießen. Ohne Ende. Herr Strauss. Guten Morgen, Herr Strauss. Der Bruder will immer noch angeln gehen. Ach, das ist Kieran. Oh, mit Kieran würde ich sogar wirklich fast gerne angeln gehen, weil Kieran ein cooler Typ ist. Guten Morgen, Arthur. Guten Morgen, Charles. Dann lass uns mal gucken, was wir hier noch so einsammeln können. Dosenlachs, sowas. Das ist genau die Sache, Art von Zeug, die ich brauche. Es wurde auch damals einfach alles in Dosen eingepackt, so wie es aussieht. Wer ist mir dabei geblieben, ne? Wer ist mir dabei geblieben und alle würden einfach mal ihre Dosen re-usen. Guten Morgen, Herr Pearson. Wie geht's dir heute? Ich nehme mir ein paar Sachen mit. Oh, leckeres Brötchen. Klar. Oh, schön Dosenlachs nochmal. Ein paar Cracker. Ja, Dosenobst tut auch nicht verkehrt. Zack, zack, zack. Easy as fucking tits. Wo ist denn wohl unsere Gesundheitsstation? Da hinten irgendwo. Ach, Mr. Strausswagen ist das. Okay, ja, dann stocken wir noch eben kurz unsere Vorräte mit Medizin auf. Für uns und für das Tier. Nicht mehr. I believe. Good morning. Mr. Strauss, good morning. Ich bediene mich mal an ihren Arzneien, Herr Strauss. Starkes irgendwas, äh, Zeug, Wunder Tonikum. Wir gehen auch gleich nochmal einkaufen. Also wir lassen das Camp jetzt hier nicht so un... Äh, natürlich nicht. Das würde sich nicht schicken. So, wieder zurück zu... Uns noch nicht. Wir füllen jetzt erst wieder die Kassen, beziehungsweise die, äh, Hausstände auf. Dann gehen wir... Gehen wir das erste Mal eine Schnellreise. Exciting times. Äh, aber erst müssen wir einen Beitrag leisten. Das ganze Geld schon wieder reinvestiert ist. Ich bin einfach, weil ich so ein heftiger Investor bin. Amazon Stocks habe ich gekauft. Bitcoin. Alles. Deswegen ist ganz schnell aus 40 auch wieder, äh... Ja, oh, das ist zu viel. Ich brauche selber noch ein bisschen Geld. Das ist zu viel. Ich brauche selber noch ein bisschen Geld. 200, 300 kannst du haben. Mehr ist nicht drin, leider. 231 ist ein sehr hervorragend guter Betrag. Zack. Das ist für euch. Äh, Kontrollbuch. Weil dann restocken wir mal eben kurz alle, äh, Bestände. So gut wie es geht zumindest, sehe ich gerade. Das wird gar nicht so einfach. Vorräte und Waffen, Munition, Zwanni. Okay. Easy. Dann lass uns mal, äh, die erste Schnellreise begehen. Schnellreisen. Fuck yeah. Und wohin können wir jetzt so alles reisen? Anwesend der Braithwaite, Caligal Hall, Cornwall, Kerosin und Tee-Werke, Emerald Ranch, Rhodes, Strawberries. Ich glaube, wir gehen erst nach Rhodes. Wir gehen erst nach Rhodes. Oh nice, eine Schnellreise. Schillig. Und begleichen unser, ähm, Kopfgeld in Valentine, beziehungsweise in New Hannover. Damit wir da wieder 3 to go sind. Damit wir da wieder ein bisschen agieren können. Schön, so eine Schnellreise. Schön praktisch. Da sind wir ganz schnell da, wo wir hinwollten. Zack, und da reitet er ein. Direkt vor der Bank of Rhodes. Einer der meistgesuchten Outlaws des Wilden Westens. Aber die Haare frisch voll mit Pummenade. So, dann reiten wir erst mal hier rein. Zack, wo's Poppin, Brother? Ich würde gerne einmal... Was? Ich wollte keinen erschrecken. Tut mir leid, Gentleman. Hallo, Gim. Good day. Ich würde gerne mein Kopfgeld bezahlen. Oh my. Ja. You are a bad person. A bad person. Thank you for your help. Ich glaub, der steht auf mich. Wäre ihm nicht böse. Kann ich verstehen. Okay. Und dann machen wir jetzt noch... Dutch ist da. Jetzt sind wir eigentlich free to go. Wir dürfen eigentlich machen, was wir wollen. Das heißt, wir gucken mal, was bei Wyndon Homes abgeht. Beim guten alten Wyndon Homes. Dafür müssen wir eigentlich nach Strawberry. Nach Strawberry kommen wir gerade gar nicht, weil... Oder kommen wir hier rüber nach Strawberry. Fahren. Strawberry. 8,30 Dollar. Das nehmen wir mit. Und direkt die nächste Schnellreise. Noch nie in dem Spiel eine Schnellreise benutzt. Und jetzt direkt zweimal nacheinander in derselben Folge. Insane. Aber die Schnellreise hier machen wir mit einer Kutsche. Das heißt, ein bisschen look seriöser. Will er uns zurück? Entspannt. Slow. Was? Slow. Slow. Angekommen in Strawberry. Vielen Dank. Thank you very much, sir. Thank you for the ride, partner. 6 Grad. Das ist tatsächlich relativ frisch. Aber hey. Wo habe ich dich denn geklaut, Bruder? Wo habe ich dich denn geklaut? Kentucky Saddler. Na ja, gut. Wir kümmern uns erstmal um den Bruder hier. Und jetzt endlich. Dürfte hier eigentlich nichts schief gehen, weil hier kein Kopfgeld mehr auf uns eingesetzt ist. Dass wir endlich mal das Geld für Herr Strauss einsammeln. In fucking 1000 Attempts haben wir es schon probiert vorher und es hat nie funktioniert. Bereiten erstmal durch Strawberry. Strawberry ist auch wirklich, Strawberry ist eine von den Städten, die mir am besten gefällt. Die ist einfach schön. Die ist klein, romantisch. Und die Leute hier haben zu viel zu schmale Straßen. Hier wieder, also jedes Dorf hat auch extra so ein Podest, wo Leute gehangen werden können oder exekutiert werden können. Finde ich auch sympathisch. Das waren noch andere Zeiten. So. Da sind wir. Und in meinem Kopf ist der gute alte Winton Holmes. Hier oder da oben? Hier ist er am Schlafen. Winton, mein Freund. Guten Morgen. Es ist Zeit aufzustehen. Komm, wir finden direkt eine Bombe. Jetzt weiß er, worum es geht. Unangenehm. Das ist ein Schlafen in unserer Leger. Du bist mit der Deutschen? Du bist mit der Deutschen? Schau, ich habe es für dich. Es ist einfach... Ich habe es noch nicht. Es ist in den Höhlen. Es ist akkoll. Boah, da ist so ein Badass, das ist insane. Komm, wir gehen wie ein Puma jagen, mein Gott. Dann lass uns eben kurz ein Puma jagen zusammen mit unserem neuen Freund. Geritten bin ich schon mal vorher, das ist glaube ich kein Problem in der Zwischenzeit. Was bist du denn jetzt für den Weg gelaufen? Das war mein Plan, ich reise dir einfach hinterher, mein Freund. Wir rüsten schon mal unseren Bogen aus, den wir lange nicht ausgerüstet haben. Wir wollen mittlerweile echt ein ganz schönes Arsenal an Waffen. Und dazu nehmen wir, glaube ich, am besten noch die Sniper-Rifle, damit wir das auch aus den Zinsen bringen. Mr. Strauss, he knew my work situation was precarious, that this whole thing was a risky venture. Wait, risky? I'm at risk now? Are you threatening me, Wynton Holmes? I ain't, no, certainly not. Sir, I'm merely stating, a man without a job, with limited prospects, at those rates. Repayment was by no means guaranteed, I said I'd do my best, and I did. You're continuing to annoy me. Sagt am besten gar nichts zu, ist vielleicht auch cleverer. We're going right here, up the stream. Damit wir, ah ok, wir reiten jetzt durch den Fluss, ich als alter Pfadfinder weiß das, damit der Puma keine Chance hat, uns zu riechen. Unsere Spuren zu riechen. Because I'm gonna get that money out of you. I gotta squeeze you like a lemon, it's coming out. Yeah, of course. We're onto it now, okay? We're onto it now. The cash is in that Cougar, Mr. Sure as Pumpkins ain't Cauliflower, the cash is in that Cougar. It better be. Or I'll turn you into a goddamn Cauliflower. Kann natürlich auch sein, dass er uns Hops nimmt, ne? Dass er uns gerade straight up einfach in die Waffe reinführt. What I know about cats, this one's rare as hen's teeth. I mean, you ever seen an alabaster wildcat? Big thing of our Cougars is they see you, not the other way round. That may be, but you'd see this one. I've been hunting with my pa, shot all kinds of cats. Never one like this. In another life, I'd have sought my fortune outdoors. Not in the hot, stinking belly of a tar pit. I ain't interested in your regrets or your life story, Mr. Holmes. Just your damn money. Try it. Also killen wir jetzt zusammen einen sehr, sehr seltenen Schneepuma anscheinend, einen weißen Cougar, Schneeleoparden vielleicht, I don't fucking know. Und dann behalten wir einfach das Fell und das ist seine Rechnung? Oder verkaufen wir das Fell oder er verkauft das Fell und er gibt uns das Geld? Ich bin... Okay. Brauchen wir erstmal unser Lämpchen, sagst du? Dann bin ich mal gespannt. Ich hab's hier auf jeden Fall so gesagt. Was ist denn dein Plan? Wie willst du das Tier denn empfangen? Das hört sich ja nach einem total guten Deal an. Okay. Ich höre den Puma, aber er links von mir. Da ist der Bruder. Wo ist der? Erstmal plündern, bitte. So viel Zeit muss sein. Da hat der Puma auch Respekt vor. Also da kommt der auch nicht. 67 Cent. Ich kann diesen fucking Puma nicht sehen. Ja, aber unter Umständen das Fell komplett versaut. Der hat aber auch ordentlich geschluckt, Bruder. Er hat sechs Bullets straight in den Kopf einfach geschluckt. Ich hoffe, das Fell ist auch was wert, obwohl wir das mit Blei getwittert haben, das Tier. Oh, Gott damn it. Okay. Erstmal gucken, ob ich hier wieder rauskomme. Lebe das Fell des Pumas auf. Hab ich das Fell jetzt gedroppt oder was? Oh mein Gott, Bruder. Lul. Hä? Von wo kamen wir denn? Ah, okay. Das war ja doch einfach, als ich dachte. Easy. Okay. Dann mal nichts wie auf mein schönes, wunderschönes Pferdepony, Rostbrust. Nee, nee, nee. Ey. Lass uns doch den Kumpel nehmen. Wieso ablegen, Bro? Was ist denn jetzt hingelegt? Da. Oh, so weiß wie der Schnee. Ja, ist ja gut. Komm runter. Verstau uns mal auf Rostbrust. Boah, schön. Und dann reiten wir mit dir zusammen, mein Freund. Zum nächsten Schlachter. Du kannst deine Laterne wieder wegpacken. Boss, Boss, komm mit. Ich hoffe, wir müssen nicht allzu weit reiten. Ja, das Pferd ist jetzt leider herrenlos. Das war aber auch ein gezielter Biss von dem Puma. Der war ja nicht mal mehr am Leben, als wir da ankamen. Das war ja keine fünf Sekunden nach dem Schrei, bis wir da waren. Der war ja schon einfach straight up tot. Der Puma hat einen guten Biss gelandet. Ich gucke nicht so auf meinem Fell, auf meinem anderen Pferd. Ich habe zwei Pferde. Ja, und das ist normal bei mir. Rostbrust, kommst du? Rostbrust ist hinter uns. Ja, das Pferd können wir jetzt ruhig reiten, bis es skippiert eigentlich. Rostbrust kommt hinterher gejallert. Ups. Ups, und da rum, und da rum. Ach, direkt rein ins Strawberry können wir das verkaufen. Gut, das hat zu viel. Das nehme ich gerne mit. Ach, das Pferd soll das Maul halten. Und wenn's gleich verreckt. Ja, mach's gut. Pass auf dich auf. Vielen Dank für den Weg hierher. Boah, ist das weiß, das Fell. Sieht aus wie das Fell eines Badezimmerteppichs. Hier runter geht's in... Oh, 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 ja, 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 ich versteh's doch, ich versteh's doch. Muss mal kurz, weil wir uns jetzt festgehen hatten, oder was? Einfach drüber gesprungen. Shut the fuck up. Oh, in diesem kleinen Stadtteil war ich noch gar nicht von Strawberry. Boah, ist der Bach tief. Hilfe! Mein Pferd, ertrinkt. Mach doch nicht so, ey. Aber jetzt haben wir das Fell nochmal vom Blutdorf reingepaschen. Ist auch nicht verkehrt. Und da sitzt er, steht er. Einen wunderschönen guten Tag, der Strawberry Butcher. Schön, sie kennenzulernen. Ich würde gerne was verkaufen. Was ich da habe, fragst du vielleicht. 38 Dollar ist das nur wert? Oh, damn, ist ja nichts. Ich hoffe, das sind seine Schulden in Ordnung. Schulden erfolgreich eingetrieben. Okay, Freunde. Boah, es ist wirklich schön, ne? Wer auch immer das Engineering hier gemacht hat für Strawberry, der hätte sich echt Mühe gegeben. Freunde, wir sehen uns morgen wieder. 10.30 Uhr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kuss, kuss, kuss. Und frohe Ostern, glaube ich. Bis zum nächsten Mal.